hallo und herzlich willkommen zur neuen folge von wessis digi talk zum zweiten mal heute dabei uwe brettner hallo klaus hallo uwe schön dass du da bist spannendes thema start ups business angel mentoring neue ideen du bist eingestiegen die szene nach 44 jahren im it-bereich und zwar schon länger eingestiegen was ist deine neueste start-up unterstützung aktivität ja ich meine ich beteilige mich ja schon etwas länger an an unternehmen und das thema start-up ist im zusammenhang mit jetzt vor zwei drei jahren bei mir angefangen dass ich eben auch im digital ab münster unterwegs gewesen bin und in köln im digital ab weil ich einfach geschaut habe auch aus meiner persönlichen erfahrung aus dem silicon valley heraus was können hier was kann hier bei uns eigentlich passieren warum ist das an vielen stellen so schwierig dass wir neue unternehmen junge unternehmen die möglichkeiten schaffen sich zu entwickeln und welche rahmenbedingungen brauchen die eigentlich damit es besser funktioniert und dass die nicht unbedingt zwingender weise die gleichen fehler machen die man alle anderen schon vorher gemacht haben gibt es einen riesen unterschied zwischen usa und deutschland lässt es sich überhaupt kopieren oder nein das lässt sich lässt sich in der form nicht so lässt sich das nicht kopieren aber wir könnten natürlich voraussetzungen schaffen dass das einfacher wird und da ist eines der kern themen ist natürlich das ganze thema der bürokratie gründe mal ein unternehmen ja und was das was heißt das eigentlich für welche bürokratischen hürden muss ich eigentlich nehmen und wer ist alles involviert menschmark amerika wie gründe ich da ein unternehmen oder wie schnell lange dauert das mache ich online in einer viertelstunde dann habe ich meine incorporated gegründet oder meine LLC oder was auch immer deutschland von bis zeitlich also es wenn man die gerichte fragt sagen die wir sind heute schneller ja als wir in der vergangenheit waren das ist relativ aber ich glaube man wird immer noch unter sechs wochen wird man kaum in der lage sein weil dann kommen natürlich auch noch so themen ich brauche noch ein konto ja und wenn ich zu einer tradierten bank gehe dann habe ich dieses konto wahrscheinlich erst in zwei monaten manchmal ja es ist unglaublich was dort gerade wieder bei einem unternehmen das gar nicht neu ist das ist nämlich ein unternehmen was ich in diesem jahr verkauft habe beziehungsweise meine anteil ich daran verkauft habe und die wollten ein neues konto eröffnen weil dort neue geschäftsführer eingestiegen sind und deren hausbank hat ihnen gesagt ja das konto für dieses unternehmen ist ja vollkommen neu da brauchen wir mindestens vier wochen für und das ist na das ist jetzt kein gründer in dem sinne sondern es ist ein etabliertes bestehendes unternehmen also da sind wir bürokratisch gesehen an vielen stellen in deutschland da sind wir aus dem mittelalter noch nicht raus leider hat ja auch was haftungsfragen zu tun wenn ich schon aktiv werde ich muss aktiv werden wenn ich schnell an den markt möchte dann hafte ich persönlich glaube ich ne das ist so das ist ja bei bei jeder gründung wenn man eine gb er hat also man keine also ist ja auch eine juristische person aber da haftet jeder voll der in der gb er drin ist und viele der start ups da die müssen sich natürlich gedanken machen wie welche rechtsform wählen wir eigentlich ist eigentlich das was wir da haben ist das produkt ist die idee ist die tragfähig genug ja dass ich daraus auch ein business machen kann weil man sieht natürlich an vielen stellen auch dinge themen ideen wo ich sage das ist jetzt mal erstmal eine herausforderung daraus ein geschäft zu machen spannend ist aber auf der anderen seite der mut und der enthousiasmus der in bei diesen gründern ja drin steckt und die haben sich ja auch was dabei gedacht und dann kann man auch nicht mit der wiener dampframme darüber fahren und sagen das alles käse ja sondern das ist so ein pflänzchen da muss man gucken wie viel dünger braucht die ja und wie viel wasser braucht die dann ist man wieder bei der engpass konzentrierten strategie und wie viel impuls kann man eigentlich geben dass das steigst du dann ja ein als business angels als mentor mit 44 jahren erfahrung in dem bereich mit erfahrung aus fehler mit erfahrung aus erfolgen was ist so das wo das hauptaugenmerk drauf legt oder ist es wirklich die engpass konzentrierte strategie also das thema der engpass konzentrierten strategie hilft mir natürlich ganz gewaltig weil das etwas ist was relativ einfach zu verstehen ist auch für jemanden der überhaupt nichts mit mit strategie am hut hat das stelle ich mir gerade spannend vor da sind jetzt zwei oder drei gründer ja die sind keine ahnung der uni entwachsen oder fh und haben das ganze vielleicht auch nicht zu ende gemacht völlig egal eine geile idee und dann kommst du an im prinzip wissen die ja wie es geht weil die haben ihr produkt die sind begeistert ganz genau und da musst du energie reinstecken und die wissen zu bremsen in die richtigen wege zu leiten überzeugungsarbeit ist das einfach ich stelle das schwierig vor mir ja also oftmals oftmals ist es so dass man ja versuchen muss dass diese gründer selbst darauf kommen dass man es anders machen könnte und das machen müsste also das thema das thema des nutzen ja wir haben in deutschland in deutschland so eine mentalität dass wir immer vom fast immer vom produkt her kommen und sagen wir haben ein tolles produkt ja das muss doch jemand gut finden ja und im silicon valley kommt man genau von der anderen seite und denkt über den nutzen nach denkt darüber nach was hilft es jemandem welchen vorteil welchen nutzen bringt es jemandem und das wie wie baue ich das eigentlich technologisch gesehen kommt viel später mittlerweile sind wir ja also wenn man jetzt die eks nimmt und sich das anguckt was in st gallen dann in den letzten jahren entstanden ist und da ist es ganz viel drin die ks etwas konzentrierte strategie ganz genau wenn man jetzt den st gala business navigator nimmt ja und wenn und den benutze ich zum beispiel als beispiel dafür da muss ich nicht mal über eks über was irgendwie manche leute land ist ja verstaubt dass er schon alt dann nehme ich den 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 st gala business navigator das dreieck das also immer erst mal geht es darum für wen ist das eigentlich wer ist meine zielgruppe ja um was geht es eigentlich ja was ist sozusagen der nutzen den ich daraus generiere dann kommt das wie und dann kommt immer in diesem dreieck auch wie sieht die ertragsmechanik aus wie sieht die wertschöpfung aus und das sind einfach themen wenn du diese themen nimmst und besprichst sie mit einem gründer mit jemanden der eine idee hat dann kommt der von ganz alleine darauf und sagt okay für wen mache ich das eigentlich wer ist eigentlich mein markt und wie seht wie sieht die mitbewerbssituation in diesem spezifischen markt aus und was ist mein mein leistungsmerkmal was ich habe was ich besser kann als irgendjemand anders und da bin ich wieder bei den bei der konzentration auf meine persönlichen stärken und das ist etwas was in der in der engpass konzentrierten strategie eine große rolle spielt herauszufinden was kann ich wirklich gut nicht was glaube ich wirklich gut zu können und diese diese fragestellung und die hilfestellung die dabei geben kann das rauszufinden das ist glaube ich einer der wesentlichen schlüssel ich stelle mir das vor dass es nicht immer sofort einsichtig ist weil es eine veränderung veränderung der sichtweise braucht das auch manchmal drei vier anläufe um dahin zu kommen das braucht vielleicht manchmal auch zehn anläufe oder 20 anläufe aber wenn ich kennt beharrlich bist du ja ich habe da eine klare vorstellung und glaube auch glaube auch dass es einfach hilft immer wieder darüber zu reden wenn das da jemand anders tut dann ist das so dann hat er das wenn wir das oft genug besprochen haben hat er vielleicht auch seine gründe das so zu tun dann finde ich das ehrlich gesagt auch nicht schlimm ja ich muss ja nicht recht haben an der stelle um recht haben ja weil es da sowieso nicht darum geht und das spannende ist eigentlich dabei wenn ich als business angel also auch als investor dort dort einsteige in einem unternehmen dann tue ich das auch nur wenn ich davon überzeugt bin dass das erfolg haben wird du bist deinem geld nicht böse eigentlich nicht und ich mache das auch in der regel nur dann wenn diese unternehmen sozusagen mit dem bafaa invest programm beglückt werden können beziehungsweise ich als investor beglückt werden kann weil ich dann einfach 20 prozent vom vaterstaat schon mal als steuerfreie beitrag zu meinem investment zu dem wagniskapital sofort erstattet bekommen das ist ja spannend ja sehr ehrlich vielen dank jetzt hand aus herz bin ich gespannt man sagt ja so fünf investments wenn davon eins gut ist dann ist das startup szene in ordnung die das ganze ja gleich die anderen vier die vielleicht nicht so erfolgreich sind auspasst das in usa geht man von eins zu zehn aus bei uns glaube ich ist es eins zu fünf eins zu sechs irgendwo ich liege da besser weil ich vielleicht genauer hingucke und weil ich nicht in bereiche reingehe von denen ich keine ahnung habe also entweder verstehst du es und kannst wirklich nachvollziehen und vielleicht sogar verbesserungsvorschläge anbringen oder du lässt ja ich lasse hände davon es ist mittlerweile eine start-up szene geworden für ich sag mal für wohlhabende menschen ihr geld irgendwo unterbringen wollen die nicht so genau hingucken ja also wenn wenn start-up start-up wollen ja nicht nur investment sondern start-ups wollen eigentlich smart money also wollen mehr als nur geld an der stelle und das ist etwas was wenn ich nur geld rein spiele dann hilft das denen klar finanziell sich weiterzuentwickeln ihre produkte weiterzuentwickeln aber das was sie zusätzlich brauchen haben sie dann nicht ja und deswegen ist es sehr und sehr unterschiedlich es gibt natürlich ab bestimmten ebenen also als business angel steigt man ja ganz früh an der frühphase ein also in der pre seed oder seed phase wo das alles noch gerade am wachsen ist wo man noch gar nicht genau weiß ob das was wird oder ob das eine chance hat was zu werden und wenn man da frühzeitig genau hinguckt dann glaube ich einschätzen zu können das wird was oder es wird nichts ja und diejenigen die sozusagen jetzt nicht mit mit smart money da reingehen sondern wirklich mit mit investment die kommen dann eine etage später in der a b c oder d serie der finanzierung der start-up finanzierung dann bin ich gespannt deine meinung zu höhle der löwen guckst du es also das ist ja ein bisschen das ist ja viel show das hilft ja das hilft ja einfach so start ups auch leuten auch bekannter zu werden das ist auch ein bisschen seelenstriptease der da stattfindet ein großteil der der investments werden ja sowieso nicht getätigt da liest man also wenn man mal in den einschlägigen gazetten gründerszene sich das anschaut ist man immer wieder verwundert ja das ist dann mit großen großer ankündigung und großem jubel ist dann irgendwie 25 prozent von einem der oder vielleicht auch mal mehr übernommen worden und dann hat das hinterher doch nicht geklappt aus welchen gründen auch immer ja also das ist auch ein bisschen das ist ein bisschen viel nabelschau ok nabelschau ist eine siehst du auch die gefahr dass viele gründer eigentlich nur zum großen geld zu ganz großen dingen verleitet werden weil das ja sehr viel geld für zehn prozent für 20 prozent umlaufen für die idee für dinge die häufig ja gar nicht ausgereift sind verdreht das einigen auch die augen ja aber das das relativiert sich ja relativ schnell also wenn irgendjemand mal ein pitch macht und erklärt was er eigentlich gut kann und das haben wir ja im digital ab in münster haben wir häufig die situation dass in nordrhein-westfalen gibt es ja die gründer spannende pitches muss ich ja ja da sind also eine menge eine menge dabei wo ich auch sage ja das ist entwickelt sich wirklich gut und da sind ein paar interessante wirklich interessante unternehmen dabei von denen man sicher sein kann dass die auch ihren weg gehen werden also heute morgen in der zeitung clock in ist so ein beispiel die schon sehr erfolgreich unterwegs sind und auch wirklich schon aus der gründungsphase eigentlich wirklich raus sind die sind schon produktiv ich glaube die sind an punkt auch wo die jeden tag ein paar tausend neue nutzer auf ihre app ziehen und da gibt es auch ein paar andere die auch mittlerweile schon ein bisschen gründergeld oder investoren eingesammelt haben und sich auch ganz gut entwickeln das ist schön für münster könnte natürlich sicherlich auch noch mehr sein wenn man rahmenbedingungen noch verbessern würde rahmenbedingungen verbessern würde insofern dass man noch andere zusätzliche fördermittel dort reinstecken würde ja bleiben wir vom fördermitteln weg weil du hast mir von einem spannenden start-up erzählt die machen spannende dinge in dortmund in essen mit borussia dortmund also ich muss mich da mal eben auch hier als dortmund ja was macht ihr genau ich finde spannend ihr bringt verschiedene ganz verschiedene branchen ganz verschiedene lösungen zusammen über eine eigene technologie unter datenschutz aspekten was ja das wichtigste ist in der bundesrepublik was macht das start-up ja das ist die die frieda die frieda gmbh in essen frieda schreibt sich v-r-e-e-e-d-a also das musstest du jetzt wirklich sagen das muss ich jetzt wirklich sagen weil sonst denkt man an frieda die andere frieda frieda carlo oder wen auch immer oder die irgendwie die frise ja die an die fähren betreibt ganz neues modell ganz ganz neues modell und die frieda die frieda das sind das ist von drei nicht mehr ganz so jungen gründern gegründet worden im letzten jahr und ich habe die kennengelernt bei meiner arbeit im gaia x umfeld bin lange jahre lange jahre in verschiedenen gremien in berlin unterwegs gewesen und aus aus arbeitsgruppen heraus und da habe ich einen menschen kennengelernt der mir von dieser idee erzählt hat die haben den gedanken domänenübergreifende digitale ökosysteme zu bauen und die als regionale ökosysteme anzulegen also nicht in der wettbewerbssituation zu großen linearen ökosystemen die so entstehen bosch baut daran rum und konrad elektronik und im smart home bereich kennen wir unglaublich viel gescheiterte millionengräber genau also das sind ökosystem die alles erschlagen die versuchen alles zu erschlagen und stellen am ende fest dass sie keine reichweite erlangen sondern dass es wirklich ein geldgrad gewesen ist er auf dem stand stehen bleiben der technologischen drei jahren völlig überholt ist ja oder auch die türen zu machen also man weiß ja von konrad dass die dass die konrad connect mittlerweile einstellen machen die nicht weiter und das wird bei den anderen bei vielen anderen auch so passieren was macht die friede die friede anders die friede kommt vom nutzen her und denkt nicht von der technologie seite her obwohl den kompletten technologie stack dahinter liegen haben und die frontends dafür haben das heißt also die technologische infrastruktur ist von denen gebaut worden das haben wir über die erste finanzierungsrunde haben wir das finanziert und haben jetzt gerade vor zwei monaten die zweite finanzierungsrunde abgeschlossen und gehen sozusagen in den nächsten in den nächsten step dort und bauen jetzt erste mvps zusammen mit unterschiedlichen playern versicherungen stadtwerken fußballvereinen städten zum beispiel und wir reden dort eben auch im umfeld der vom bvb über eine idee nämlich ein fußball licht zu machen das hört sich jetzt erstmal völlig simpel also einen kunden habt ihr gerade schon ja dass wir haben mehrere mehrere die sich dafür interessieren ob das jetzt weil das passt überall ja das passt in köln das passt in essen das würde rein theoretisch auch in münster passen weil es gibt in der region region immer sponsoren mit mit diesen vereinen die da unterwegs sind und diese sponsoren haben ja eigentlich die idee dahinter stehen auch jetzt den markt zu erreichen endkunden zu erreichen an die endkundenschnittstelle zu kommen also nutzen für mich wäre jetzt es ist ein energieversorger der strom leitet der brauchen impuls das ist irgendjemand der mitbekommt dass ein tor in dortmund fällt zum beispiel und es gibt einen lampenhersteller der dann sagt okay die den impuls tor die informationen über strom die lampe wird er strahlen am turm und wenn dort und tor schießt das heißt ja das geld verschiedene institutionen drin ja ich habe den nutzen dass meine nachbarn die vielleicht noch nicht dortmund-fan sind sich ärgern und irgendwann konvertieren ja ich habe zum beispiel auch den nutzen dass so eine versicherung sagt ich mache jetzt einen speziellen tarif für für die fans und die bekommen jetzt eine prämienerstattung für diesen tarif wenn sie zum beispiel über diese lampe eine anwesenheits simulation steuern und diese anwesenheits simulation ist ein service der von der frieda zur verfügung gestellt wird der kostet den endanwender überhaupt nichts sondern der benutzt es eigentlich und er hat den vorteil dass er eine bessere prämie bekommt dass er weniger für eine leistung bezahlen muss oder zum beispiel dass sich dass der paketdienst ein paket in der garage abstellen kann wenn keiner zu hause ist und das garagentor öffnet sich für diesen zweck und das garagentor fährt wieder zu und dafür kriegt der kriegt der hausbesitzer irgendeine vergünstigung in den in den zustellungsgebühren ja weil dann vielleicht auch noch jemand anders ähnlich wie bei so einer bei so einer post abholstelle so einem automaten das aus der garage holen könnte wenn er dazu berechtigt ist sondern hat den mehrwert dass er nicht nur ins vertriebszentrum das ist das eine aber man gibt man kann ja noch ein paar zuckerstückchen da drauf legen und der der genauso mit dem stromtarif was dabei spannend letztendlich ist dass der dass die daten die dabei entstehen ja von von dem jenigen gegeben werden den sie betreffen also von dem endkunden der bestimmt aber wer die daten bekommt dafür sorgt dann die frieda plattform dass wir hier dsgvo konform die daten behandeln und dass der sagen kann nee ich will aber nicht dass der xyz dann sozusagen meine informationen bekommt sondern ich möchte nur dass derjenige das bekommt zum zum beispiel spülmaschine nachversorgung mit tabs ja steuern wir über einen über ein smart plug mit dem wir messen können wie oft zum beispiel die spülmaschine läuft und wenn wir den die belieferung organisieren wissen wir auch für jeden spülgang brauche ich so ein tab ja und wenn ich 50 gemacht habe und ich habe 50 oder wenn ich 45 gemacht haben weiß ich in fünfmal ist das ding weg also kann ich demjenigen sagen ich kann dir jetzt sagen wo du regional hier das günstigste das günstigste angebot hast und wenn du das haben willst dann drückst du jetzt einfach auf dein smartphone und bestellt das bei demjenigen und der liefert dir das freihaus perfekt eigentlich relativ einfach ist der große unterschied zu den ich sag mal kompletten google microsoft system der da kann ich gar nicht abschalten da kann ich nur sagen ich nehme das ist ein großer unterschied der sich sagen kann okay den paketdienst möchte ich nicht in der garage haben aber die lampen möchte ich haben ja der große unterschied ist einfach die tatsache dass ich hier in der lage bin in der region wirtschaftsunternehmen dienstleister in der region einzubinden und wir haben ja immer die große frage was passiert eigentlich mit dem stationären handel was passiert mit dem stationären handel wie integrieren wir stationären handel in das online business und die wettbewerbssituation zu zu amazon ja wird ja in die weitet sich ja auf alle segmente aus ja also wenn heute einer sagt ich mache mein mein radio und fernsehgeschäft zu weil ich nicht mehr dagegen anhalten kann dann wird morgen der apotheker irgendwann kommt und wird sagen ja ich mache meinen laden zu weil ich kann gegen ja hatten wir auch noch nicht hatten wir auch noch nicht perfekt und ich mache morgen meine meine apotheke zu weil 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 was übrigens seine positive einstellung was gesagt ich schließe den laden dass das passt nicht mit deinem vibrations zusammen deswegen offensichtlich revolution und weil amazon in usa ja schon 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 eine fda zulassung hat medikamente zu liefern ja wir in deutschland verstecken uns immer wieder an vielen stellen dahinter zu sagen bei uns geht das nicht das ist gesetzlich schon verboten ja die frage ist einfach nur wie lange werden sozusagen diese mauern überhaupt halten ob sie erst über holland eingerissen werden oder belgien worüber zum beispiel aber es wird es wird kommen und es wird es wird es sich nicht verhindern lassen und das ist das fängt im leben ich meine amazon baut beziehungsweise will in den nächsten anderthalb jahren zweieinhalb tausend supermärkte einkaufszentren also stationären handel in usa aufbauen die ersten zwölf davon laufen in kalifornien davon einige unbemannt ja ganz genau voll durch digitalisiert und ich fahre mit meinem wagen dadurch packt die sachen ein und fahr mit dem wagen raus ja der bezahlprozess der der substituierungsprozess wird alles vollautomatisch geleistet und 24 7 das kommt dann auch noch dazu und das wird uns wenn wir uns nicht darauf einstellen und wenn wir nicht wenn wir nicht bereit sind wenn wir nicht bereit sind und dinge auch anders zu machen ja und wenn wir diese hürden wenn wir die weil wir immer wieder dieser schwelle kommen die taxi unternehmen und der taxiverband hat auch immer gesagt uber in deutschland wird nie kommen ja wie schnell sind die mit irgendwelchen sondergenehmigungen in berlin in münchen in frankfurt unterwegs und machen dort eben letztendlich auch ihr geschäft weil es bessere konzepte sind ja und nachhaltiger uwe letzte frage jetzt stelle ich sie worüber reden wir wenn in zwei jahren wieder hier bist in zwei jahren dann reden wir vermutlich darüber wie sich diese regionalen ökosysteme in deutschland anfangen wie die anfangen sozusagen plätze zu besetzen ja ich glaube wir werden darüber reden dass wir immer noch nicht in der digitalisierung viel weiter sind wir werden darüber reden dass wir die ganzen sage ich mal die ganze daten problematik immer noch nicht im griff haben ja das ist ein thema was mich seit einigen jahren treibt wo ich sage da sind wir selber dran schuld aber das ist ein thema für sich an sich weil die qualität unserer daten der stammdaten kann ich sagen ist gleichbleibend schlecht das kennen wir ja ja weil man eigentlich immer die altlasten man schafft sich ein neues system an aber man will dann immer die daten aus dem alten system ins neue übertragen ja und dann habe ich den gleichen schrott wie vorher in meinem system und dann wird datenqualität immer noch sozusagen als projekt betrachtet dann setzen wir mal fünf studenten dran und die hacken das dann ein und bringen das auf den stand und ich sage datenqualität ist ein prozess und ist eine eigene eigene domäne im unternehmen die viel stärker die viel stärker in den vordergrund gestellt werden wäre jetzt der werbeblock für unsere pümmen zum beispiel zum beispiel zum beispiel und wenn ich noch mal wenn ich noch mal ein neues unternehmen gründen würde was ich nicht tue dass das ist aber definitiv also ich werde mich daran beteiligen aber auch darüber werden wir in zwei jahren reden ja so gekommen ist ja können wir darüber reden würde ich würde ich heute mich auf genau dieses thema konzentrieren weil wir an vielen stellen in vielen unternehmen auch nicht die expertise haben wie man wirklich datenstrukturen aufbaut so dass sie nachhaltig auch lebensfähig sind gutes schlusswort uwe ganz lieben dank uwe brettner visionär finger in die wunde leger business angel mentor iks spezialist ich könnte vieles weitermachen wir werden in zwei jahren hier sitzen und widersprechen die ganz lieben dank und ihr schaut wieder rein weil das heißt weiß ich die digitalk euch eine gute zeit euer wessi